Und willkommen zurück zu Heroes of the Storm Folge 27. Letztes Spiel mit Nova war ganz gut. Und ich würde sagen, jetzt noch ein Starcraft-Helden und da haben wir ja Nova, wir haben Tassadar, wir haben Tyrael und wir haben Tykes. Und ich habe mich für Tykes entschieden, weil ich den beim letzten Mal schon so richtig arschgeil fand. Und ja, spiel mal eine Runde mit Tykes. Ohne lang rum zu hantieren und ich wollte euch jetzt mal zeigen, welchen ich als dieses kaufen werde, aber wohl nicht mehr. So, Tykes lief auch das eine Mal ganz gut. Als ich ihn gespielt habe, so jetzt also wieder eine Runde mit Tykes, fand ich eigentlich einen ganz geilen Held. Und wie hat Tempel des Hünders? Naja. Und wie hat Tempel des Hünders? Ja, ansonsten schauen wir mal in die nächste Runde, können wir eigentlich wieder mal einen Random Hero machen. Ich will ja auf jeden Fall einmal unter der Woche machen und dann schauen wir mal, vielleicht auch mal einen Held ausprobieren, den ich noch nicht gespielt habe. Aber da werde ich mich dann tatsächlich erstmal wieder reinpuxen. Gucken wir einfach mal, wie es so läuft. Während die Ladezeiten habe ich das Gefühl, seit dem Patch letzte Woche relativ nahmarschig geworden sind. Kann aber auch nur meine eigene Einbildung sein. Ja, das dauert ganz schön lange. Ich glaube, ich mache hier mal an der Stelle den Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und da bin ich. Es hat also doch noch funktioniert irgendwie. Ich hoffe, dass die Folge aufgenommen wird. Und, äh, so, was nehmen wir denn? Er wird die, äh, Bono-Schan gegen das Hauptziel. Ist immer eine gute Sache. So, also eine Runde mit Tykes. Vielleicht schaffe ich ja jetzt mal drei Siege in Folge. Das wäre ja echt mal geil. Und ich werde mich mal hier aufhalten, um die Leute zu überraschen. Wir haben auf jeden Fall Serratour, oder Kassadar, haben sie. Okay. Hat sie schon mal gar nicht gewohnt an der Stelle. Ich werde mal runtergehen in die Botlane. Weil da ist nämlich der gute... Ich werde mich zu offensichtlich spielen. Jetzt hat es ganz kurz geleckt. Ich werde mir mal nochmal schnell den Brunnen schnappen. Und dann werde ich mal gucken. Zwei bleibt unten. Das ist natürlich jetzt nicht sehr clever von ihm. Das ist wirklich sehr clever von ihm. Ach. Ah. Okay So, ups Dann das Rall Jetzt schafft Tyra dieses Online Sehr schön, den haben wir geschafft Automatische Angriffe heilen nehme ich hier immer Immer schnell den Brunner, der hat noch 27 Sekunden Da muss ich die Tyra hier schnell helfen das Lager einzunehmen Ha 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 Ja Wir jungen der Finger Abzug Wo bleibt das Zauberwort Hörer, ihr weg da Weg Weg Sehr schön Sehr riskant Aber er hat es hier noch geschafft Er ist ja Brunnen mittlerweile schon wieder da Jawohl Schnappen wir ihn uns mal und dann gehe ich wieder runter Ich mach das schon Dann gehe ich hier jetzt erstmal So Was nicht mehr als nächstes Die Angriffsgeschminkert Das war eigentlich schon ein ganz nerviger Held ist hier unten Ja Ein Mann muss tun Ein Mann muss tun Und ein Mann tun muss Jaina hat es hier unten schon geschafft, sehr schön Wollen wir mal schnell noch die Kilo holen Wollen wir schnell noch die Kilo holen So Leute, ich hoffe ihr Sehr schön Ich hab Abatur erwischt Oh, da ist mir doch glatt was vor die Flimdicke laufen Ja, sehr schön Sehr schön gemacht, das war super An der Stelle Aber ich kann jetzt gerade nicht helfen Verdammt, 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 verdammt Schnell zurück Sehr schön Kerrigan war zu offensieg So Ich werde den Odin Schnappen Kann man Jaina uns noch abgreifen? Das wäre ja auch mal ne ganz nette Sache Wir pushen mal wieder oben Ist ja wohl da oben auch weggekommen ich reuniere einmal Ich bin dabei Ich bin dabei Ich bin dabei Bei sehr schön haben wir das auch geschafft das läuft doch ganz gut gerade das spiegel mit taikes da war Tassadar ah! scheiße! hat sie mich noch erwischt oder? ja ja, im Tod hätte ich Feuer machen sollen, hätte ich abhauen sollen naja, 7-1 und schon wieder bin ich unzufrieden äh, volles Rohr, verlangsamt, das ist auch super jetzt mal 2 noch kalt, sehr schön gemacht kann man das nicht gleich mit einnehmen wenn wir da schon mal unten sind oh ne, vergiss es vergiss es mit dem Lager, lieber gleich erstmal die Tempel einnehmen ich werde mal schauen, dass ich nicht in diese Verstecke da kommt ja, ist er weggekommen ist aber auch noch so schlimm hat er nur 10 Sekunde Abkringzeit also das Ding kann man auf jeden Fall schon mal in der Tasche hier unten sehr schön sehr schön ich höre hier mal eben schnell hier noch die Camps mit einzunehmen so, da haben wir S.R.I.L. in der Tasche dass ich heute irgendwie abgegriffen bekomme obwohl das ist schon ja genau dasselbe Prinzip was hier beim letzten Mal so zu funktionieren Sehr schön Shit Hat nicht gereicht Komm die paar Lebenspunkte da Jawolls Sehr schön Das ist auch immer gut Ah ich bin jetzt schon zum zweiten Mal gestorben Ist das bitter Ist das scheiße Das ist richtig scheiße Ich mag das ja immer wenn man Null Kills Äh Null Kills Schon zum zweiten Mal gestorben Weil ich nicht aufgepasst habe Und das nervt mich tierisch Leute Das nervt mich tierisch Ich warte auf dich Schätzchen Ich geh mal wieder runter Und versuch jetzt mal ein bisschen zu pushen Unten Naja die haben schon gesehen dass Jaina da unten rumläuft Wo wir das glaube ich jetzt nicht so drastisch sehen können Wenn dann äh Vagara das Idee macht Mein Plan ist wieder dahin Ein Mann muss tun Was ein Mann tun muss Kommt das ja da Das hat jetzt eh nicht viel gelohnt Das hat jetzt eh nicht viel gelohnt Ach komm warum sterbe ich denn jetzt immer Wenn das Ding auch kaputt geht Da haben sie wieder was rumgeballert irgendwie Es ist doch sonst immer so gewesen wenn der Golem äh Wenn der Odin kaputt geht Dass ich dann als nächstes dann noch rauskomme Warum ist denn der Odin jetzt kaputt Und ich bin dann auch gleich tot Ach man Blizzard Mann Blizzard Ich hätte mir doch lieber die Patchnodes durchlesen sollen Ja Ach man wie schlecht 10x und 3x gestorben, das ist... Das ist auch schon sehr demotivierend für mich Sehr demotivierend Wann mal? Ja, 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 ja Sehr schön, aber es erwischt Oh shit, da sind wir So, jetzt kann man es mal versuchen Und da unten ist Abathur Da ist er Okay, das ist einer von seinen Wüten Das könnte ich den ganzen Tag machen Ah, da gehe ich lieber nicht hinterher Jaina ist weg, die sind da oben beide Hä? Wo bleibt das Zauberwasser? Verges- Ja, dann lass- Ich... Und wenn man diese Unstimmigkeiten an den Hütener tisst Den Push kann ja jetzt Zagara weiter vollziehen Der ist schon weg, kann man schneller Von den Ludien raus Sehr schön Sehr schön So, der bleibt länger bestehen So, der bleibt länger bestehen Ja, ich hab ihn gesehen, der ganz genau lang Wir sollten diese Söndener Lager einnehmen Das war's. Sehr schön, schön gepusht Das sieht ganz gut aus. Wir haben einen Vorteil und da kommen sie alle Da sind sie leider ein bisschen zu spät gekommen Sehr schön Aber wo ist er hin? So weit kann er nicht sein Sehr schön von Jena Da kommt Kerrigan Da möchte jemand eins aufs Maul Nein Was ist denn da mit den Scheiß Odin los? Das gibt's doch nicht Aber wir haben gewonnen Ich bin trotzdem nicht zufrieden, viermal gestorben Das ist so schlecht Das ist so schlecht Mann Jetzt habe ich euch wahrscheinlich wieder genug ins Mikrofon reingebrüllt Aber Ich bin damit absolut nicht zufrieden Schauen wir uns mal die Statistiken an Erstmal die Quests, haben wir alles abgeschlossen Statistiken, 18 Kills Kartenmechanik Ja Ja Das ist wahrscheinlich wie lange man da drauf gestanden hat Tode, vier Das ist bitter, das ist ganz schlecht Und mies Da will ich gar nicht drüber weiter nachdenken Auf der anderen Seite waren die jetzt auch nicht so geil Aber du hatten ganz schönen Scheiß zusammengespielt hatte ich das Gefühl Und ansonsten Jaina War ganz okay War ganz schön mies Sieben Kills, neun Tode Naja, naja, naja Na gut Das war Folge Ähm 27 Und wir sehen uns dann zu Folge 28 Mit einem Random New Also bis dahin, ciao